Endlich in den Jahren hatten wir schon mal die Idee gehabt, aber da haben wir hin und her überlegt, da war uns da zu teuer und alles so und jetzt im Nachhinein sind wir auch schon was älter und wir können nicht mehr so klettern und haben mir gedacht, rufen wir mal an, fragen wir mal nach, wie und was. Ja und da haben wir uns dann dafür entschieden und wir sind auch jetzt froh, dass wir das so gemacht haben. Ja, das ist dann die Küche, die wird in schwarz rundum und in der Mitte mit grau und dann glänzt, das Bad ist in schwarz-matt und hier der Flur ist ganz in weiß und hier im Wohnzimmer in dunkelbraun mit beige und dann haben wir unten den kleinen Flur, nachdem wir dann auch in roten. Das ist ja das Schöne, ne? Hausgelelekte zu bestellen, die machen das alle und sagt, wenn da mal was dran ist, das kann man anders so austauschen, die LED-Salle. Ja, kein Problem, nur Anruf. Die Küche soll rundum so LED, ja und hier kommt die Lampe wieder hin, die hält. Das kann kein Problem sein. Und hier kommt auch LED hin, also im Wagen. Da geht man gar nichts an Höhe, das ist ja das Schöne. Ich habe zuerst gesagt, wir kommen Montags und dann sind wir Donnerstags raus. Musik 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 Sie sind sehr zufrieden. Musik Wenn man das heute sieht, die Decke und den vorher-nach-vergleich, dann ist das jeden Euro wert, der gekostet hat. Wenn man auch vorher denkt, das war teuer, im Endeffekt sagt man, wow, das hat sich gelohnt. Musik 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 Und bis Mittwoch im Mai waren Sie fertig? Chef hat gesagt, Donnerstag, aber da sagt er irgendwie, wir sollen am Donnerstag mal hin. Ja. Musik 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 Da hat sich schon los, das würde ich immer wieder machen. Das muss an einem Wert sein, wenn man sagt, da hast du mit dem Pferd, die kommen da hin, färcht die aus. Da haben wir auch Ruhe, ne? Da brauchst du nichts mehr zu streichen. Ja. Da gehst du einen Lappen drüber und putzt was ab. Musik Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann fordern Sie mich zu sich nach Hause und Sie erhalten von mir eine Beratung vor Ort und auch Sie können morgen schöner wohnen. Musik 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 Musik